Hallo Aufzugsfimmel, heute zeige ich euch die zwei Aufzüge im Martinistraße 1 in Bremen. Es befindet sich in der rechten Aufzug. Es befindet sich in der linken Aufzug. Und jetzt zeige ich euch einen Blick. Und ich wünsche euch einen schönen Mittag. Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.